Ja, verdammte Scheiße. Ja, dann such die neue Patties, du Wichser. Ein Teil werden auch natürlich am Pinguin seine Eltern gespendet, am Nebenburgerladen. Aber der größte Teil bleibt für uns. Du jetzt gar nichts, Mann. Du jetzt gar nichts. Die Patties werden mir, du Wichser. Wir sehen uns bald, Susa. Ich komm voll bei. Alleine. Ich hab's gesagt, er will mich ficken, Mann. Ja, wollen wir mal in den Laden gehen und dann nochmal alles kaputt schlagen? Lass einfach noch die Tomaten klauen, den Hundesohn. Ja, ich versteh schon, was du machst. Ey, das reicht aufs Erste, dass wir seine Patties geklaut haben. Naja. Können wir ja die Tage nochmal machen, ja. Wann macht eigentlich unseren Burgerladen auf? Wird die Skinny. Hm? Er hat mir eine Nachricht geschrieben, Mann. Ah. Er schreibt, ich wählt, mit dem... Mit deinem Blut, Isco Valier, an die Wand schreiben. Wie in den alten Zeiten. Hm. Oh Mann, ein BMX, wie cool. Ja komm, hol dir selber eins. Aber Arli, wieso hast du nicht das Grünes? Ah, du musst ein Grünes holen. Und probier, und probier, ein Grünes, ein Grünes, ein Grünes. Geht so lange wieder auf ein anderes Auto, bis du das Grün hast, ja? Dann hast du ein Grünes, dann bist du zurück. Ich will auch ein Grünes. Ja, du musst so lange hin und her gehen, bis du ein Grünes hast. Und dann musst du's kaufen. Oh. Hab eins. Geh dann hin? Hä? Hab ich. Ach scheiße, hier geht gar nichts. Ja, ja. Okay, ja, alles gefickt. Alles gefickt. Ihr Trottel, ja? Es ist meins. Es ist meins. Naja! Ich bin da nicht so像. Ääh! Ich bin da nicht so像. Ja, ich bin da nicht so像. Ja! Ehhh! ich weiß das allerdings also wenn ihr mir auf twitter folgen würde da würde ich jetzt auch checken dass ich das weiß mit take off ok man ja hat einer was gesagt ja ja die man alle überfahren von uns ja fühlt er sich ganz gut alles gut ich hab den schon geschossen der ist auf schlafen gegangen er hat alle überfahren und hat irgendwelche gelabert ja ich hab den rippert wo bist du denn meufu am kaffee hier wird vier burs kevin holz krieg alle befreien von ihm und der scheiße Ja, ne, noch nicht. Nein, nein, du weißt, das ist ein Fall für den ganz oben, weißt du. Ach so. Das ist so ein Mensch. Ja, aber ich meine, dass nicht verbluten die Leute. Die Götter, die Götter. Halt deine Fresse, weiß ich. Richtig der Name. Mein Name. Oh mein, Alter. Ja, Ali, Ali. Oh, mein, Alter. Okay. Hey, wie traurig war das, der Arme. Hey, Sosa, komm mal besser auf mit zum Gespräch. Wir gehen hinten ins Café-Sofa an der Terrasse. Wer ist denn das? Das sind die neuen Dings von der Wit-Route. Wir müssen den Deal ausfallen. Oder was? Ähm, wir haben die Wit-Route, die Wit-Route. Wir müssen klären, dass wir verstehen dürfen. Oh, komm. Hey, wo seid denn ihr runtergegangen? Ach so, bei dem... Wir sind draußen am Balkon. Ah. Ich habe nie gedacht. Ich habe euch nachfragen. Wir hatten damals einen Deal mit den Bonas. Und zwar, dass wir von denen ankaufen für einen bestimmten Preis. und wir durften das im mero park weiter verdicken jetzt wirklich dass wir das weiter so haben oder ob ihr die einzigen seite das verkaufen dürfen in zukunft also wir würden meistens so wöchentlich 500 bis 1000 abnehmen ja das wäre kein problem das sind ja kleinen mengen das ist gar kein problem ok ok ja wir müssen keine anfangen wissen sie wir sind neu wir verdienen das zeug ein bisschen auf der straße und wollen dadurch ein bisschen geld verdienen aber ist viel von der gute idee die frage ist wie sieht es aus mit dem preis jetzt welchen preis habt ihr es angekauft wir haben das damals für 50 pro joint bekommen 50 pro joint von den ballers in aber ich weiß den preis eigentlich von den ballers von 90 dollar russa genau die sind uns entgegengekommen da wir das weiter verdicken und auch ein bisschen profit gemacht haben die meinten nur wir sollten nicht unter 90 verkaufen er seid neu oder genau 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 und schauen auf deinem handy okay wir machen das ganze so ok ok wir verkaufen euch maximal 1500 joints in der woche ja mehr brauchen wir wenig so eine preis von 50 dollar russa aber ihr verkauft wieder nicht unter 90 wie viel war der preis noch mal 70 50 50 50 50 ankauft ihr kauf von euch 90 dollar mindestens ne also mindestens wir können auch ihr könnt ihr könnt da an wen verkaufen ihr wollt ihr werdet eklern verkaufen deshalb ist das geld okay okay das hört sich sehr gut an okay sehr gut also vielen dank auf jeden fall dass ihr uns da entgegen kommt auch gar kein problem seit wann gibt es euch überhaupt ich habe von euch noch gar nicht viel gesehen letzte woche freitag ja ja wir sind gerade noch im aufbau wir uns fehlen noch ein paar sachen deshalb haben wir noch keine öffnungsparty gemacht oder so hier im restaurant wer ist denn hier bei euch für das geschäft zuständig also wer wird dann bei uns am anwesend kommen und uns die joints abnehmen das wird meistens ich sein dann schreibt ihr ein bisschen meine nummer auf ja sehr gut wir haben vorher gar nicht für 50 gekauft mein namen ist pain die nummer ist 178 138 138 genau das haben meine schwester mir geschickt eine frage warst du eigentlich meine nummer her und ich von euren leuten also die waren ja bei uns und haben sich quasi vorgestellt dass ihr jetzt besitzt und dann wollte ich eben wegen dem die frage da meinte sie ich sollte mit dem patronen quasi reden ich habe mich nur gewundert weil ich dich nicht eingespeichert hatte wenn du bist okay man wollte denn die erste lieferung haben aber man sollte den kaufen kommen also wir werden so schnell wie möglich wenn ich das heute ja dann könnt ihr eigentlich direkt hinterher fahren sage ich euch so wie es ist okay dann bin ich 1000 stück holen ja dann lass das direkt meine jungs nur lassen einfach hier eine bag nehmen und dann mit der g-klasse fahren ja genau genau okay let's go wir treiben noch kurz taschen auf man ich weiß hier das anwesendlich 6175 stimmt das genau genau okay perfekt wir kommen dann mal hin ja gleich das glaube ich muss gleich ja bis gleich ja ich bin ich in der hande richtig sagt man so schön ich will auch eine route eingestellt aber jede route ist schon vergeben digga man muss feiten für eine route was werden da wo ist febos? beim café glaube ich ja ja die hut sieht richtig geil aus wenn da so viele autos stehen ja das problem ist nur die autos verschwinden alle schnell aber ja vielleicht versuchen irgendwas zu klären die zwei vorderen autos aber wir haben vorher gar nicht für 50 gekauft ich habe ein bisschen dings gemacht politik ja diese diese dummköpfe alter wir hatten für 70 wir haben wir gekauft ich muss geld holen geld holen geld holen da ist der funkautomat ja von familien von familienkasse er macht die pf wieder an die vorher bewusstlos waren und funk wie das aussieht ja nie bitte einfach zehn leute hier in dem auto drin das heftig die klasse das sieht aus wie bei gntm das auto ja ja guck mal guck mal bitte ich sehe das jetzt erst was meinst du was meinst du ja guck mal von innen bruder guck mal ganze meinschaft hier drin wie viele leute sind wir neun drei vier sechs acht acht mal alle taschen die nicht haben das ist also wenn wir da ein dreifach machen mit dem was habt ihr denn ich vor das stinkst du pink hast du dir in anwiesen ist ernie ja was ich nicht der hier der rechts neben mir halt noch in der mitte wir kommen wir vielleicht mein t-shirt Das ist wach. Ey, oh shit, man wusch dich selbst. Warte, ich komm da hier rein? Ja, wir wollen die komplette tauschen, man. Die komplette tauschen, man. Eine fest noch. Es sind alle da, es sind alle da. Ich hab jetzt zwei Pinkhaare neben mir. Ey, eine muss Plätze mit mir tauschen, ne? Oh nee, Mann, Alter. Stellt uns mal vor, wir trinken, wir tragen noch alle ein, Alter. Wahnsinn, Leute. Ja, aber da können wir kein Drive hier machen, leider. Ja, ja, aber ist mein. Einsteigen. Hast du, hast du eine Tatsche? Ja, was geht ab, homi? Ja, ja, aber nochmal. Was geht ab, Q? Alter, wir sind zehn Leute in einem Auto. Lass mal bitte alle, die eine Waffe haben, rausschießen kurz. Halt mal kurz an, nach rechts. Warte, 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 warte. Fahr zu diesem Barbershop. Drei, zwei. Ja, warte, 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 stopp, 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 stopp. Sie ist gegen den Barbershop. Gegen die Seine. Hinter uns. Oh? Ah. So. Ey, wenn ich jetzt schieße, töte ich nicht jemanden von euch? Nein, nein, nein. Das geht nicht. Okay, zwei, runter. Drei, zwei, eins, los. Das geht nicht. Das geht nicht. Der Hundeson. Ey, hat AJ jemanden erschossen? Ich hab so lange getötet, Junge. Wir haben uns so so gedäntet. Ey, du bist auch noch geschickt, ja? Der Hundeson. Ich bin nicht ausgetiegen, Junge. Ich bin nicht ausgetiegen, Junge. Du bist nicht ausgetiegen, Junge. Oh, mein Gott. Ey, wir haben nicht das vor, und wir haben uns den Fläuber gefickt. Oh, shit, Mann. Bada, fadda. Schade, mach mal, schade, mach mal. Lass dich schauen Sie mal. Ey, was knallt ihr ab, Mann? Was knallt ihr ab, G рус! Ey, ey, was knallt ihr ab, EJ, Mann! Da war im Alter drin, unverrühren heute. Ey, ey! Ey, ey! Ey, 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 ey! Ey, 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 ey! Ey, 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 ey! Ey, 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 ey! Ey, 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 ey! Bei mir war ich nicht nur... Bei mir war ich nicht nur... Wieso sind immer diese Liste mit den Leuten so gefährlich? Hatt doch mal die Fresse, du kleiner Wichser! Hab ich was gemacht, oder? Lachen wir so aus dem auch immer! Ey, aber ihr habt ja gesehen, der Letzte, der mal einsteigt, der öffnet ja auch keine Tür. Ich glaub, der ist dann nicht so richtig drin, wißt du? Also ich war bei mir nicht ausgestiegen, ich war im Auto. AJ, AJ, warst du vorhin mit der Letzte, der eingestiegen war? Nein, nein, keine Ahnung. Ja, AJ, AJ, du bist ausgestiegen, weil draußen mal so ein Wasser pflegt, du hast da genießt mit, du und in die Sonne. Hey, Soße, Digga, tut mir leid, yo. Halt deine Fresse und fahr mit zu meinem D-Man. Das ist so 1.000 Dollar in die Kasse, Alter. Wir haben noch Soße gesagt, ja bitte. Bude, er hat einfach den Take-Off gemacht, einfach den eigenen erschossen. Ja, das ist mein erster Team, Digga, tut mir leid. Bewegt dein Hurensohn, ruf mich an, Alter. 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 Äh, nicht so viel, Digga. Nein, erzähl mal, erzähl mal. 20.000. 20.000. 20.000 Sanktionen, oder? Was lachst du? 5000, 5000. 20.000. 20.000, ich dachte, mein Spiel stürzt ab, Digga. first-up. 20.000. 20.000. 20.000. 20.000. 20.000. 21.000. 21.000. 21.000. Ich hab hier einen Wurstlosen, Jelakum. Jelakum sagt er. Warum, wieso Jelakum? Seutsche Wichser, Digga. Oh mein Gott, oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, solche Idioten. Warum hoffe ich überhaupt, dass sie irgendwas hinkriegen, Chat? Warum hoffe ich überhaupt, dass sie irgendwas hinkriegen, Chat? Wann kommt dein PC? Ich schwöre, Gott weiß, wann mein PC kommt. Ich hab nicht mal eine Mail bekommen, Agambo hat mich einfach abgezogen. Digga, die haben mich einfach abgezogen. Hallo. Hallo, hallo. Hallo. Alles gut bei dir? Ja, alles gut bei mir, alles gut. Sehr gut, sehr gut. Die Dame, hallo. Erinnern Sie sich an mich? Ich hatte sie letzte Woche. Ich hab gerade über den ganzen Tag angesprochen, bezüglich Arbeiten bei der Energie. Die Dame, den gehen Sie sich an die Aber ich bin schon da sicher, ich bin schon bei dem Anfänger und ne? Was war du? so ich muss kurz telefonieren fresselten passen hier noch mehr rein oder ist zehn das maximum 10 10 10 ist markiert eigentlich ist dieses hotel da weißt du so warum siehst du mich da unten so du bist ja ich bin der gage von 5000 an trete ich ein geht mir in der 5000 euro gage wenn ich schon kommt sein soll damit ich dabei du hundes und meine mutter habe ich gefickt ja ja fahrlein 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 ist doch egal die gab auto oder nicht was glaubst du So, Digga. Digga, scheiß doch drauf. Mach Knarre weg, Gene. Komm, komm. Kannst rein, vorn hier. Was ist denn, Alter? Geht's gut? Haben die Lila und die, ja? Ja, auch. Boah. Warte. Ich leg einfach 1000 am Boden, oder? Ja, ja, genau. Was ist deine Dingsland? Ja, meine Dingsland ist 19. Moment. Boah. 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 Machst du jetzt einzeln? Ja, kann ich alles aufs Markt. So, Geld hast du, oder? Perfekt, danke. Perfekt. Ja, ich bin geistert. Komm dir hin. Doch, du bist ausgerichtet. Ey, nehm mal alle auf, komm mal, ey. Die, die noch nichts haben, nehmen wir das an Boden auf. Nee, ich hab schon hunderten. Geht vorne, ist was. Boah, shit, ich bin wirklich sehr krank, Alter. Ich weiß nicht wie, warum ich so krank bin, aber es ist auf jeden Fall krank, Alter. Was ist dein, hast du nen Rucksack? Nö. Was ist deine Nummer? Ja, hast du das gehören? Danke euch trotzdem für den Support. Nein. Okay. Wir, gewinnen wir. Jetzt hast du nen Rucksack, zieh den an und hol die Dingsland. Doch, brauchst du direkt die Dingsland, bist du dumm? Ja, ich hab's gesehen, ich leid's gelacht, ich geh weiter, Bro. Ey, hier liegen noch 47, nimmt immer jemand, ja? Febos, Febos, du. Und jetzt gehst du nach vorne, komm her. Wir brauchen nicht mehr. Alles gut, alles gut. Okay, dann sind wir voll, ich tankte der Pin, ja? Ich hab noch keine Frage, Leute, wer ist eigentlich der Oberhaupt? Das ist Sosa, der mit der grünen Maske, mit der Sturmmaske. Ich, ja. Dann lass uns mal bitte unsere Nummer austauschen für die Zukunft. Ja, warte, ich geb dir meine. 401. 401. 708. Danke, Hermano. Ali, mach mal auf die Gäste, jalla. Okay, ich wünsch euch noch einen schönen Tag. Okay, machen sie's gut. Du bist der letzte, der fängt von alle ohne Joints hin, ja? Let's go. Ja, wann brauchst du Drogen oder so? Findet mal raus, findet mal raus, wo Rick ist, lass den mal. Wir stellen da noch das Auto und schauen bitte. Okay, okay. Nein, reicht, Bruder, der arme, der hat keinen Bock mehr auf die Stadt, so los wie der gefickt wird. Ey, wo sitzt T-Doc? T-Doc, du bist draußen bei mir. Bei mir nicht, fahr los. T-Doc. 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 Warte, Mann, ist der drin? Nein, nein, nein. Steig nochmal aus und wieder ein. Warte, ich oder was? Ja! Ja, scheiß drauf, Mann. Steig wieder ein. Ja, shit, Mann. Ey, trag den Bär, trag den Bär ein. Ja, wir sind... Trag den Bär. Ja, komm mal. Ja, wir sind noch nicht voll. Hä? Ja, T-Doc. Hey, Emmi! Warte, du bist der Mann. Hey, Bro! T-Doc, Mann. Du bist ein Omelette. Du bist ein Omelette, hast du ihn angelegt. Lass ihn mal Dings... Power nach, Alter. Ich glaube, das hat ganz viele Probleme. Ja, jetzt. Ja, jetzt ist es. Okay, gut. Okay, gut. Du sagst, jetzt... Jetzt einmal Rick jumpen gehen? Ja, scheiße. Scheiße, Rick, Alter, nehm das denn. Pingu Sound ist da, sei es da. Nee, Pinguin ist auf Glistenfeld, weißt du das? Ja? Das ist mein Cousin, Spinner. Aber ich glaube... Du weißt doch, Rich, ich werde immer später auf. Aha, okay, okay. Dann müssen wir später machen. Okay. Lass mal einlagen, jetzt. Mhm. Ihr Huren-Söhne. Ihr Huren-Söhne. Ihr Huren-Söhne! Aua! Mich? Oh. Warum, äh... Digga, jetzt muss ich neu machen. Im Obis. Weil, was hießt der, Alter? Wer schießt, Alter? Alle nacheinander, chillt mal ein bisschen. Ey, oi, oi, oi. Du hast ein gelbes Auto reingefahren, Mann. Ey! Ja, ich bin kampfunfähig, weil er mich umgeschossen hat. Ey, Jux! Hier sind wir... Wer schießt hier, ey? Ich kann nicht schießen, ich kann nicht schießen. Weil der Idiot mich umgeschossen hat. Da kann man woher, woher! Ich werde umgesch... Hier, 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 bei mir! Ich kann nicht schießen, weil er mich umgeschossen hat. Ey, das macht kein Sinn, ey! Ey, das macht kein Sinn! Wieso... Wieso muss ich schießen irgendwie, ey? Saber und jemand anderes sind noch hier. Die sind hier reingefahren. Digga, und ich kann nicht schießen, Digga. Mein Gott! Digga... Ey, ich glaub, die werden nicht bewusstlos, Digga. Echt jetzt? Ich hab den dreimal in Kopf geschossen. Ja, schieß nicht, schieß nicht, Jux! Tschüss! Doch, einer liegt von denen! Ah, das sind Leute mit Bürgermassen! Ich glaub, das ist von Isco! Ohhhh! Fick die, fick die, fick die! Ich bin, äh, ich bin kampfunfähig, weil... Hurensohn AJ mich umgeschossen hat, du Hurensohn! Wo sind die denn? Ich seh den nicht mal! Äh, die schießen aber auf mich jetzt! Die sind, äh, wenn man in die Hut reinkommt, auf der linken Seite, über die Berge. So rote Leute, ich hab halt keiner mehr auf mit ihr geschmettert. Ja, äh, und ich kann... Bei mir ist einer, Jungs! Bei mir ist einer! Ich werd sterben! Kommt mal bitte zu mir! Skinny, was machst du denn? Digga, ich hab halt keine Waffe, ich kann nicht helfen, Mann! Und ich bin kampfunfähig! Noch fünf Minuten! Aber ich bin halt wegen nem Bug gestorben! Kann er meine Kampfunfähigkeit wegmachen? Schreib mal in den Chat, ähm, Kampfunfähigkeit wegmachen, gestorben wegen Bug! Ganz nehm! Schidorig! Teig! Ich hör nicht, schidorig! Ich hör nicht, schidorig! Es hören nicht! Hier ist nichts Hier ist nichts! Ich hab eine, schidorig! Wo sind die anderen? Ah, ich hab auch einen! Wo sind die? Wo sind die? Ich glaube, liegen alle. Da waren vorhin noch zwei auf jeden Fall. Einer müsste noch irgendwo rumliegen. Äh, rumchillen. Warum Report? Ja, weil ich eigentlich ja gar nicht gestorben wäre. Ey, okay, von denen liegen alle ziemlich sicher, ja. Ihr könnt kommen, wenn ihr... Die haben irgendwie fünf oder sechs von uns aber auch umgeschossen. Ja, ja, schon, die Jungs. Äh, Skinny, ruf mal Mediziner, bitte, ja. Ich hole alle. Wie kann ich da jetzt hoch? Oh, da ist sie. Da oben war doch noch einer. Oder war sie das? Und AJ, du bist ein Hundesohn. Und wer bist du, Wichser? Hallo. Was suchst du hier? Ich bin ein Playboy da. Was? Ich bin ein Playboy da. Achso. Ah, Sosa. Jo, ich hab den Dispatch festgemacht, ja. Ja, äh, Sosa. Die waren... Du, ich hab's gerufen. Die waren nicht mal gut, ne? Aber... Ich hab Mediziner nicht gefahren. Ja, ich konnte ja nicht schießen wegen Dings. Ich hab ja sechsmal auf mich geknallt, obwohl ich einfach... Da hast du gerufen. Ja, ja. Ja, ich auch jetzt. Ja, knallt. Ja, Jungs, kommt mal bitte später noch mal wieder, ja? Ja, wo ist dein Rotkäppchen? Ich wollte dir eigentlich dein Bruder vorstellen, Sosa. Aber ich hab ein Kind mit deiner Mutter erzeugt. Guck mal. Bevor ich dich hier umdrücken muss, weil ich gerade sowieso gereiht bin, verpiss dich. Du hast original fünf Sekunden. Fünf. Stopp. Ich brauch mehr, um rauszusteigen. Drei. Dicker schön. Zwei. Bleib locker. Eins. Schieß auf seinen Reifen. Schieß auf seinen Reifen. Oder aus deinem Auto, aus deinem Auto, aus deinem Auto. Yo. So ein Pank. Idiot. Ey, es liegen irgendwo noch zwei von uns, oder... Oder da müssen wir uns stehen. Warte mal, wo sind die Burger-Typen? Da. Waren das nur zwei? Da waren mehr eigentlich. Nein, nein. Helfen wir mit suchen, meine ich doch gerade. Was? Regel, du hast mit den Medizinern. Wir suchen noch. Seile hat einer Seile für dich? Da lag einer und da waren noch zwei. Das kann nicht sein. Hier liegt noch irgendwo einer. Aber wir suchen. Lightskin bleib hier, dass du die Bedrohung herst. Später auch. Sag, die grünen zuerst vor. Lightskin, sagst du? Ja, ja. Zuerst die grünen. Ja, so. Äh, äh, äh. Man schieß es, geht mal. Wer ist das? Wer ist er denn jetzt? Hä? Das ist schwierig. Trie, Lino, Meile, alles Gute zum Geburtstag. Was? Hä? Alles Gute, Jungs. Digga. Rowhead. Oh mein Gott. Ich kriege jetzt Whisky. Digga, warum kommt doch keiner? Digga, vor allem, man hört ihn eh nicht im Stream, der Idiotensohn. Und der wird gleich gebannt. Also, so dumm kann man nicht sein. Okay. hallo hallo bitte whisky bitte whisky seit zehn jahren ich schreibe einen support ja nee der typ fährt mir die ganze zeit hinterher labert irgendeine scheiße schon vorhin und er wird mir immer noch nicht gebannt der hundesohn ok ich schreibe dem team ja ich sitze gerade im auto ok danke dir ja ich brauche auch diese adminrechte unbedingt unbedingt sie ist auch zu doof um teamsteak zu muten besser ist es ja wie gelaufen würde ich sagen okay warte mal die beiden hier oder hochholen die beiden hier die lagen vorher auch nicht also der hier und der hier der lag auf dem boden der hier lag nicht und der hier lag nicht den habe ich gerade behandelt den jetzt nicht umschießen ach so egal ich mach nochmal alles gut wir kriegen das schon irgendwie hin nein 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 alles gut ich hab die nur wegen die jungs ich hab die nur gewinnt rufen wegen dem weil es jetzt nicht schnell weggemacht wird weiß dass sie den weg machen ich habe keiner dings ich hätte nicht weg machen können okay ja ist gut alles gut ich muss jetzt einmal für die durchwunden wie musst du kannst auch team teamspeak muten by the way ne ja ich weiß hab ich doch hab ich doch ja ja heftiger hundesohn wusstest du dass seine mutter eine schlampe ist warte mal hol einfach direkt alle hoch aber der ist weg der ist weg ich hab den weg gewandt ich glaube es war sogar derselbe was hat von vorhin ich hab den bescheid gegeben Patron habe ich bescheid gegeben da soll jetzt einfach die ganze einer bleiben bei den einfach weg kommen alles gut ok easy haut rein ja alles gut ok so warte mal warte mal warte mal wer ist denn das he alles gut hallo 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 leg den mal fest hin ok jungs ne ich bin da mal durch ne alles gut alles gut ja und das jetzt aufs fliegengeschoss war vielleicht ein bisschen dämlich ne ich hab den gesagt das ist anderweitig geklemmt wurde ich hab keine mehr ich bin ein mitarbeiter vom bürger schott warte mal ich zieh dir mal die maske ab zieh mal die maske ab ich hab keine maske an wie keine maske an ich reiß dir deine verschissene maske ab du verschissene wixer hey 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 alles gut alles gut alles gut alles gut deswegen ist er alles was ist wirklich ich glaub das wird die nervigste sein auf die ich aufpassen muss du schützt scheiße vivus ich hab dir doch gesagt alles gut ach 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 was wollen wir nicht in den Ogi komm mal mit komm mal mit ich komm gar nicht mit du bleibst hier stehen bevor ich dich abknall komm komm da oben ist meine arbeiter meine meine chef wo ist er wo ist er wo ist er hinter dieses haus hier ma was redest du da nein 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 chill 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 hey helfen wir jetzt noch pass mal mit helfen suchen es liegen noch zwei von uns und noch einer mindestens von denen wo wo ja äh hier irgendwo in der in der Umgebung der Hotzeuge deswegen meinte ich er sucht noch – hör mal zu – die besten bürger in der Stadt Braten wir hast du verstanden natürlich bin ich da noch eine kult-zeitgedächtnis liegt da seit halbe stunde so kommen wir kommen her kommen wir werden Ja, zu den Bergerleuten. Er ist schon gebannt, Shad. Wir haben dies mit drei Mann gefickt. Wir haben hier niemanden gefickt. Alles gut, komm einfach her. Warte mal, erst mal reiß ich den Vorschissen und baste die Maske ab. So, und die andere Maske auch, hier, und der Wichser auch. Warte mal, ist das mein Bruder? Ist das mein Bruder? Ist das, ist das Orhan? Ach, was? Ich glaub's doch nicht, Mann, ich glaub's doch nicht, hä? Hey, vergiss mir nicht! Ihr habt unseren Patty-Laden gefickt, Mann. Ja, unser Burger-Laden macht selber bald auf, wir brauchen die Patties, verstanden? Wir brauchen die falsche Patties. Ja, wir haben gemerkt, aus guter Qualität... Ich glaub Bitches, Mann, dass ihr Leute nicht mal Burger-Patties leisten könnt. Heißt ihr nicht Money, weil Bitches habt ihr? Ihr habt weder Money, noch habt ihr Bitches, Digga. Oh, shit, yo, chill. Es tut mir leid, Mann, das war nicht so gemein. Wir müssen die Burger nehmen, wir müssen den Salat nehmen und die Burger! Ja, genau, Mann. Wieso nicht die Tomaten, Mann? Was habt ihr gegen Tomaten? Wir essen Tomaten auf Burger, Mann, denn ist der Burger so wässrig, Alter. Und die Gurken haben wir auch nicht genommen. Die Tomaten kommen nicht auf den Burger, das hab ich dir doch schon gesagt. Pssst! Guck mal, verdammte Scheiße, was soll die Kacke, hä? Was kommt's in meine Hurt rein, hä? Hast du gesehen, wie ich leingekommen bin, Digga? Ja, hast du gesehen, Mann. Guck mal, verdammte Scheiße, wir fordern jetzt noch weitere 50 Patties. 50 Patties? den laden noch gar nicht geöffnet mann wo wollt ihr das ganze einlagern wollt ihr das ganze bunkern in den häusern hier ja genau ich will die krabbenberger geheimformel gib uns die verschissene formel mann gibt uns die verschissene formel egal jungs 50 patties passen aber hör mir zu ich will noch saure gurken ja noch saure mutterfacken gurken also die welt so sauer nein 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 dann gehen die wieder drauf liegen die auf dem boden dann sind die abgefakten scheiße wir wollten bürgerladen aufmachen ihr wollt die formel von den bürger heinis wir sind grün angezogen wir sind die plankton armee wir könnten uns die plankton nennen das passt wie die force aus augenmann dann bin ich ab abfalleimer und die die krosse krabbe du bist um die scheiße man andersherum ich muss die große krabbe sein und die apfel eimer okay warte mal komm mal mit seid mal alle ruhig mann seid mal alle ruhig ich rede jetzt ab sofort heißt euer laden apfel eimer und unser laden heißt die krosse krabbe ihr heißt ab sofort abfalleimer und wir sind die krosse krabbe ja genau abfalleimer und wir sind die krosse krabbe wie heißt euer laden sag es wie heißt der laden wie heißt der laden wie heißt der laden ich helf dir fäng mit alles raus mit der krosse krabbe 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 abfalleimer und wir sind stolz ja genau ja genau man dafür stehe ich nicht dafür stehe ich nicht ja was dein homie steht nicht zu dir ja ja oh 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 er schlägt seinen eigenen mitarbeiter ich stehe nicht für dich man ziehst du die eier ein nur weil die eier einmal gefickt wurden unsere burger waren noch nie die besten jo verdammt was fliegt mir den burger an wenn ich nicht mehr lebe boxt euch boxt euch boxt euch du hast ja die geheimformen du kennst sie ja oder oh han grab die geheimformen man nein er hat die geheimformen nicht mehr wie wie hat nur ich die hast nur du guck mal er fett haute nicht mehr oh han ey warte mal ich merk es ja weil ich jetzt gesehen hab wo mich sein fett launen geblacht hat ey denk ihr was diese poloda was ist ich hab mich da reingeschwitzt ey ich hab mich die ganze zeit kratzen müssen das ist voll die billige wahre ooooh was sagt er da das ist ja nicht für die kunden was juckt dich da färben die auch ab die pullover jungs das ist ein geh dann hoodie von amazon ja aber warte mal kurz wenn du eine krankheit bekommst dann sind auch die burger vergiftet ja mann warte mal ich glaube diese pullover haben sie da bestellt ey seid ihr das ordnungsamt gewonnen oder was oh shit warte ihr zieht ja auf mich ey jungs entspannt euch 50 pettys und saure gurken 50 pettys und saure gurken 50 pettys und saure gurken Du hast Zeit, bis um 20 Uhr die Patties. Warte mal, uns fehlen noch Burgerbrot, oder? Burgerbrot, ja, Mann. Ich würde euch unsere nicht empfehlen. Ich würde euch unsere nicht empfehlen. Ja, ja, wir nehmen nur Reors-Friends, ja? Euren billigen Shares wollen wir gar nicht. Okay. Yo, 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 yo. Die Motherfuckers wollen das Ligerei, Alter. Yo, wer ist das, yo? Okay, sind wir los? Nein, bleib hier stehen. Ey, Kevin oder so. Kevin oder so, lage mir was aus. Ich kann uns nicht mehr sprechen. Nimm das Strap raus, Jungs. Nimm das Strap raus. Ey, ich hab schwere Arme, Digga. Ey, wie meint ihr das? Wie, wie meint ihr das? Wie gestern Abend. Seh doch mal, was meinst du? Ihr habt gestern Abend unsere Leute hier angeschossen. Wir haben hier gestern auch keine Fahrt umgeschossen. Schau mal, und genau das ist das Problem von Young & Homeless, Alter. Was den Young & Homeless, was hat das damit... Nein, 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 nein. Ich sag, dass Young & Homeless hier faxen gemacht hat. Und ihr denkt jetzt das, was wir... Wir waren das. Wir wissen ganz glauben, Jungs, von den Ausgaben... Nur mal, gestern war hier ein Event, ja? Gestern war hier ein verschissenes Event. Und hier sind Leute, die die ganze Zeit reingekommen haben, irgendwas gemacht. Wir haben mehrmals bedroht und die wollten nicht hören. Und wenn hier ein Event ist und die ganze Zeit Leute reinkommen, dann könnt ihr euch verstehen, was das für ein Stress ist. Ja, die können gehen oder die... Das hatten wir bei uns auch. Lass die Leute doch machen. Wo ist denn das Problem? Ja, aber die Leute sollen doch fragen und nicht in die... Okay, die sollen gehen, die sollen gehen. Was ist das Problem? Wenn die Leute gebraucht haben, haben wir gesagt, geht rein. Da schießt ihr auf die Leute, oder was? Nein, also ich muss sagen, ich hab gestern mindestens fünf Leute ausgenockt, die einfach in meinen Hut rein sind, ohne zu fragen. Ja, zum Glück hast du einen meiner Jungs nicht ausgenockt. Sondern nur angeschossen. Also geschossen hab ich ganz sicher nicht. Okay, ey, sag denen, bevor sie gehen, sollen sie nochmal ein paar Leute da schlagen. Es ist egal, ob du das gewesen bist. Es war einer von deinen Jungs oder wer auch immer hier jetzt der Zwölfer ist, mit wem ich reden soll. Ich war gestern nicht da, ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass gestern ein Event war und dass sie an Türen klingen mussten. Und das ging uns ziemlich auf den Sack. Ja, fuck, man. Mein Homie liegt jetzt im Krankenhaus, Digga. Schwer verletzt. Ach, ihr echt? Ja, fuck, man. Ja, scheiße gelaufen für ihn. Wir bringen ein paar Überraschungseier vorbei, Homie. Wollen nicht eure Homies da vorne auch hier mit uns reden? Oder wollen die dann der Seite trainieren und sich den Rasen angucken? Ja, die sollen sich den Rasen angucken. Ah. Hm, das ist doch auf Verteiler-Base, das sagst du, ha? Genau so. Auf Verteiler-Base. Ja, und der Rasen ist frisch gedüngt, da ist Kuhscheiße drauf. Viel Spaß, ja? Hey, wartet mal, Jungs, chill mal. Was machen wir jetzt, Homies? Da ist Kuhscheiße drauf. Was wollt ihr? Ja, sag du es mir, was ich will. Ich will die Krankenhausrechnung von meinem Homie. Und äh... Wie teuer ist die? Die Waffe, mit dem auf Himmel geschossen wurde, wollen wir sie auf. Wie teuer ist die? Ja, wir müssen mir und Dig bringen eine Waffe, bitte. Ah, äh... Wie teuer ist die Rechnung? Wer war denn gestern dabei? Ich war hier, ich war hier, hab aber nichts mitbekommen. Erzähl mal, wie auch ist die Rechnung, Jungs. Wir wollen, also wenn ihr schon so in die Hut reinkommt, sagt uns, wie auch die Rechnung ist. Ihr bekommt das Geld, bekommt die SNS-Pistole und könnt dann umdrehen und wieder gehen. Bei uns gibt's hier nix, aber dass ihr irgendwie auf Stress herkommen, auf Krampf. Wir geben euch, was ihr wollt und ihr dreht euch um und geht wieder. Und nehmt mal alle die Waffen runter. Ja, wir haben alle keine Waffe stecken. Beruhigt euch. Ich bin hier oben. Jungs, Mann, ihr habt gestern auch mit dem... Da im Roller läuft doch auch mit der SRAM rum. Ja, Jungs, ey, dann komm ich nixemach auch einfach so in euer Hut, ja? Ja, komm. Ja, fuck, Mann, ey. Es dreht dann auch die Tür ein. Es dreht dann auch die Tür ein. Wollah, ey. Wollen wir das so... Ja, ihr müsst doch mal ein bisschen Respekt haben. Ihr kommt doch einfach hier in die Hut einfach rein. Ja, genau so. Wir haben gestern keinen Respekt gehabt, Digga. Kommt doch einfach mal ganz normal und was so. Ey, Jungs, Jungs, bitte chill. Digga, wer bist du eigentlich? Mit wem rede ich hier? Hier bin ich mit Kev, Alter. Mit Kev. Und warum redest du nicht mit uns? Weil ich gestern nicht da war, du Vollforsten. Hab ich doch grad gesagt. Ja, und trotzdem musst du doch deine Familie vertreten, oder? Ey, meine Familie redet. Jeder redet und aus meiner Familie redet. Aber schau mal, ich hab uns ja nicht erklärt. Wie hoch ist die Rechnung? Wir klären uns doch einfach so. 50.000 Dollar. 5? Ja. Oh, Alter. Wow, hast du reingeschissen. Hast du verkackt. Wie viel? Hast du? 56.000, Bruder, jetzt. 50.000? Ja, 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 ja. Nein, ich frag doch normal. Wie hoch ist die Rechnung? Sag doch einen normalen Preis. Wir können nicht rechnen, Bro. Also ich denke mal auf der Karte. Ich höre mal, ob sich hier irgendwelche Leute verstecken. Ich denke mal, da sind so... Das ist noch einer. Der hat sich irgendwo hinten verkämmt. Okay, hab du ihn, hab du ihn. Ja, wie der mit SNS? Ja, das bringt gar nichts. Da muss ich fünf Meter vor ihm stehen. Warum habt ihr alle nur SNS, die Idioten? Es gibt und ich gehört im Krankenhaus aufgewacht bin, weil... Weil... Okay. Gib mir den Call und ich erschieße zwei Leute von hier außen. Lass sie umlegen, die Keks. Sagt einfach Bescheid, gib mir den Call und wir hauen die um. Die wollen 10.000 Dollar haben. Hey Dosa, bist du grad am Lager? Wo bist du? Ich bin grad hier außen. Ich kann die Safe wegholen hier vorne. Okay, warte. Haltet das Gespräch noch ein bisschen in Wert. Alle schwere Arme noch. Gib mir Waffe. Wolltet ihr die jetzt fickern oder was? Fibus macht die Waffe noch weg. Die haben die doch auch gerossen. Die könnt ihr auch gerossen haben. Das ist nicht schlimm. Das geht eigentlich. Wenn die ihn gerossen haben, könnt ihr auch gerossen haben. Das ist ja nicht schlimm. Ey, warte mal. Soll ich schon meine Raketenwerfer holen? Dann fick ich die einfach alle dann in der Mitte. Nein, nein, nein. Alle meinte, wir geben noch Geld und das ane. Bruder, was für Geld und FNS. Die kommen in unsere Hood, ficken uns. Und darf über die 50.000 geben? Da vorne. Da vorne. Da vorne. Da vorne sind es zwei. Ich glaube, das sind die zwei E-Sportler. Weil sonst... Nein, die anderen E-Sportler stehen noch da hinten auch noch. Ich weiß, wo die sind. Ich chill mich aber einfach nur unter die Ecke und dann sollen die auf mich zulaufen. Weißt du, was ich meine? Okay, okay, okay. Dann chill hier und mach so, weißt du? Nein, nein, ich mach das da vorne um die Ecke. Ich überlaufe sie dann hinten rum. Okay, okay. Was schießt ihr, Idioten? Digga, warum schießen die? Welcher Hurensohn hat geschossen? Ich schwöre auf alles, der muss sein ganzes Geld abgeben. Hundesohn. Welcher Hundesohn schießt? Nicht Phoebe, oder? Wenn das Phoebe war, ich schwöre aus mit dir. Real Talk aus mit dir. Ach, Digga. Ey, ich hab doch gar keinen Bock auf die Scheiße. Wegen einem Event, Digga. Wegen einem Event. Was sind das für Runde? Wegen einem Event, Digga. Real Talk. Wegen einem Event. Hä? Wie kann man wegen einem Event so Stress schieben? Hilfe! Wie kann man genau然後, Kin geräusch für Für? Ja! Wie kann man genau hin? Was? Ja! Währendd ablehdee ich. Wie kann was das? Wegen June 2, 2017 hochveratured? Er liegt eine Schl attribute. Er liegt ich schon alles weghe prints. Erung PretbäARY Ich política! Ich mache euch das Ganze. So etwas kann ich den Preis. Aber man, die hätten sowieso geschossen, glaube ich. Vielen Dank. Ich kann auch schon mal ein Dispatch machen. Unten in der Straße steht ein Auto. Hey, unten in der Straße steht noch ein Auto, behaltet das mal im Auge. Chat, welche Frack ist das? Wie heißt die Frack? Hey, wie seht ihr überhaupt noch mal? Ich trage gerne blau, ja? Hey, die regen sich auf, weil wir wegen einem Eventrein niedergeschlagen haben. Wegen Lutsche schießen die ganze Familie, obwohl die ausbezahlt wurde. Ich trage viele Männerkrebs, ja? Ja, nee, Bruder, sag doch mal. Seid ihr zufrieden, Jungs? Seid ihr glücklich, Jungs? Oh, Tetlein gegen SNS war so gut, ja? Hab ich noch einfach mal aufgeschossen. Oh, das ist mir leid, Leute. Du hinter mir, geh weg, bevor du auf deinen Kopf gehst. Hast du was anderes? Ja, hallo, hallo. Nehmen wir mir. Alles gut, Jungs. Alles gut, Jungs. Alles gut, Jungs. Alles gut, Jungs. Was du meinst. Du weißt. Wir haben doch schon in Aufstellungen wie Game of Thrones, haben wir chillt. Ja, ja? Wir kamen angelaufen, als wir in Game of Thrones. Habt ihr nicht gesehen? Mit Aufstellungen so. War doch klar, dass die schießen. Warte, warte. Lass die mal hier runter. Bruder, die haben Taktik gemacht wie Julius Caesar. Als ob die, weiß ich nicht, meinen, oder? Ja, die haben Taktik gemacht. Ich hab doch gesehen, wo die gechillt haben, ja? Ja, natürlich, Bruder, aber die waren darauf auszuschießen. Darum geht's doch. Ja, ja, ja. Hamam, wie viel reden die, Digga? Wegen nem Hunde so'n Event, Digga. Wegen nem Hunde so'n Event, Digga.